Ich finde es ganz wichtig, den Kontakt zu Hochschulen zu halten. Die Universität Würzburg ist eine bedeutende Hochschule, nicht nur in unserer Region, sondern deutschlandweit, weltweit. Wir sind hier in der Nachbarschaft, deshalb freue ich mich sehr über die Einladung. Und ja, es ist ein toller Kontakt zu allen Lehrenden, aber auch zu den Lernenden, zu den Studierenden, die vielleicht im ein oder anderen Fall auch potenzielle Kandidaten sind für eine Karriere bei Lauda. Ja, zunächst ist es ganz wichtig, auf uns aufmerksam zu werden. Der Mittelstand ist ja oft nicht in den Metropolen, sondern eher in den ländlichen Regionen wie auch Lauda. Da ist es erstmal ganz wichtig, dass der Studierende sich informiert, was für Karrieremöglichkeiten es gibt. Wir warten aber nicht nur auf den Studierenden, sondern wie auch heute, wir gehen auch zu den Studierenden an die Hochschulen. Dann ist es wichtig, natürlich ein Interesse am Mittelstand mit allen Vorzügen, mit allen Herausforderungen, die man hat. Man kann sehr viel entscheiden, man hat die Nähe zum Produkt und was super ist, man kann weltweit agieren. Deshalb erwarte ich, dass junge Menschen sich darauf einlassen, sich gut präsentieren und mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen bei uns Karriere machen. Wir sind ein fast 70-jähriges Familienunternehmen. Der Eigentümer und Vertreter der dritten Generation ist auch im Unternehmen tätig. Ich denke, das ist eine gewisse Verlässlichkeit. Es gibt auch Werte, die typisch sind für Familien und familiengeführte Unternehmen. Gerade in einer Zeit, wo junge Menschen aber auch alle Orientierung suchen, kann so etwas auch ein Stabilitätsanker im Leben sein. Natürlich sind die Produkte toll, die Gehälter attraktiv und ganz wichtig, man kann mit uns die Welt erobern. Wir sind in vielen Ländern präsent. Unsere Geräte sind in Branchen tätig, die wirklich Gutes bewirken, wie beispielsweise medizinische Wirkstoffe, Elektromobilität, Wasserstoff. Und meines Erachtens ist es für Menschen, gerade auch junge Menschen, wichtig, mit ihrer Arbeit etwas Positives für die Gesellschaft beizutragen. Da ist man bei Lauda an der richtigen Stelle. Zunächst ist es ganz wichtig, das Maximale aus dem Studium rauszuholen. Das ist ja ein Paradies des Wissens der verschiedenen Fakultäten. Und hier gilt es für viele Studierende sicherlich auch, die richtige Balance zu finden zwischen einer gewissen Berufstätigkeit, vielleicht auch einen gewissen Jobben und Freizeit und des akademischen Wirkens. Und hier würde ich plädieren, vieles auszuprobieren, auch mal über die eigenen Fachgrenzen hinauszuschauen. Leider ist eine Hochschule immer noch nach Fakultäten organisiert. Dieses fakultätsübergreifende Wissen ist noch nicht so ausgeprägt, wie ich es mir als ehemaliger Studierende und Unternehmer wünschte. Insofern viel ausprobieren und dann würde ich wirklich steil gehen beim Berufseinstieg. Ich würde volles Risiko gehen. Ich würde auch das ausprobieren, was mir wirklich wichtig ist, vielleicht Unternehmertum im eigenen Startup. Und dann nach drei Jahren zu merken, dass es doch nicht so was war, verzeiht einem jeder. Unternehmer und auch Personalverantwortliche schauen schon nach solchen Dingen im Lebenslauf, die abweichen, auf die man aufmerksam wird. Und da ermutige ich zum Mut in einer Gesellschaft, die natürlich sich sehr verändert, einfach auch seiner Leidenschaft zu folgen, seinem Herzen zu folgen und in jungen Jahren Dinge auszuprobieren.